Der Oktober-Sommer ist Geschichte. Wir blicken jetzt einmal in die Langfrist-Prognosen für den letzten offiziellen Herbstmonat. November, bekannt für die typische November-Tristesse, viel Nebel, aber auch der erste Schnee ist möglich. Schauen wir mal, was die Prognosen uns da so vorschlagen. Fest steht im November gibt es enorme Temperaturkontraste, eine Spanne von locker 50 Grad. Das zeigen uns auch die Temperaturrekorde aus Rosenheim. Sommertemperaturen gerade Anfang des Monats nicht ganz ausgeschlossen. Mit diesem Rekord knapp über 25 Grad aus dem Jahr 1997, aber auch richtig frostig, eisig kalt kann es sein mit bis zu minus 25 Grad. Bekannt ist der November häufig eher für dieses Bild. Regen, Grau, nicht wirklich mehr was vom goldenen Herbst, aber es kann auch schon Richtung Winter gehen. Wir sind sozusagen ein Zwischenmonat, also der erste Schnee gerade in den Mittelgebirgslagen nicht ganz ausgeschlossen. Niederschlag gibt es aber wohl eher nicht ganz so viel im November. Das zeigt uns auch hier das amerikanische NOAA-Modell. Da sieht es nämlich eher durchschnittlich bis leicht zu trocken aus und die Temperaturen haben sich deutlich nach oben korrigiert. Ein deutliches Plus von locker 1 bis 2 Grad spricht jetzt nicht wirklich für viele winterliche Lagen. Blicken wir gleich mal auf das europäische Modell. Das sieht jetzt in den ersten Novembertagen auch eine deutlich positive Temperaturabweichung beim Niederschlag. Besonders in der Mitte und im Süden leicht zu trocken. Passt zu folgender Wetterlage. Tiefdruckgebiete über der Nordsee, der hohe Luftdruck über den Alpen und dem Mittelmeer. So kommt milde Luft zu uns, aber mit den Tiefs ist es dennoch leicht wechselhaft und mitunter auch mal stürmisch. Blicken wir weiter Richtung Mitte, Ende November. Da sehen wir bei der Niederschlagsabweichung viel weiß. Also das ist eher durchschnittlich, sagt uns noch nicht allzu viel. Aber wir haben trockene Verhältnisse Richtung britische Inseln. Eher nass ist es rund um das Mittelmeer. Passt dann zu dieser Wetterlage. Wir wären dann auf der eher kühlen Seite von einem Hoch. Da würde eben auch mal etwas kältere Luft aus Norden zu uns kommen. Aber eben nicht wirklich viel Niederschlag. Eher dieses typische Novemberwetter mit viel Nebel. Passend dazu die Temperaturabweichung in diesem Zeitraum auch nicht ganz so positiv. Leicht durchschnittlich, besonders im Westen und im Süden. Und gegen dieses triste Novemberwetter habe ich noch ein paar Tipps. Raus an die frische Luft. Sozialkontakte und Tiere helfen sowieso immer. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung und insgesamt den Kreislauf ankurbeln, dass man nicht zu träge wird. Und eine Lichttherapie hilft bei viel Nebel und Dunkel im November auch.